Geplant, geplant. Das ist mein Fahrstil. Wow, wow. Das ist immer noch mein Fahrstil. Ohhhh! Oh! Mensch, das Kind hast du. Das, äh... Fuck. Was? What the fuck? Hey Kinder, das geht bei euch ab. Willkommen zu GTA. Wir haben ja gestern im Livestream zusammen GTA gespielt und Gaming Code hatte so ein Motorrad zum Fliegen. Und das brauche ich auch. Deswegen brauche ich erst mal ein bisschen Geld, monsieur, gell? Du darfst? Keiner da? Weil da gehe ich schon in den Safe ran. Ich gehe einfach mal kurz hier an den PC. So, und zwar, wo ist das? Ich muss sofort wissen, ich will das haben. Wahrscheinlich bei Legendary. Was gibt es denn hier für einen Scheiß? Ihr müsst mir sofort sagen, wo ich das finde. Ist das ein spezielles Motorrad? Oder kann ich einfach jedes Motorrad dazu aufrüsten? Wo? Wo ist das? Benny, wo ist das? Benny, das Ding ist ja total günstig. Ich nehme den Green. Danke, Benny. Was? Ach, deswegen finde ich den nicht mehr, weil er zerstört ist. Ah ja, gut. Ja, mächtig, habe ich da eben drauf gezeigt. Kann ich denn mit dem Ding hier zu ihm reinfahren und mein Auto pimpen lassen? Der Elegy? Was geht denn hier ab? Flugpunkte. Ich hole ein Flugzeug. But first! Schnell ins Schniedelmobil. Das müsst ihr mir unbedingt schreiben, wie man dieses geile Flugmotorrad bekommen kann. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Das hat so fucking Spaß gemacht damit. Mit dem Motorrad wäre ich jetzt schon easy durch die Dinger durchgeflogen. Verstehst du? Easy. Guck mal da oben. Locker Motorrad. Locker. Ja! Ach so, wenn man da durchfliegt, sind die weg, oder was? Ja, da sind die weg. Aber man kann ja auch... Warte mal. Man kann ja auch mit dem Noobhead fliegen, ne? Ah jo. Ist zwar ein bisschen hakelig, aber... Ja gut. Hab ich gesagt. Wie der Kerl hat schon fünf. Das geht doch nicht. Das geht echt gut mit dem Noobhead, ne? Ohne Witz jetzt. Richtig chillig. Fast so gut wie mit Controllern, ne? Da muss man schon sagen, da haben die... Oh. Da haben die Konsolen, also die Controller schon noch so ein bisschen die Nase vorn. Also was heißt die Konsolen? Man kann ja auch einen Controller am Ding anschließen. Oh, ein richtiges kleines Flugzeug. Das könnte natürlich chilliger sein, wie dieser gammelige Ranzpenis hier. Der hat schon zehn. Ich hab erst sechs. Hallo? Ich glaube, es geht los. Ich werde das hier schauen, äh... Schaukeln, jo? So aufpassen, dass ich da nicht dagegen schaukele. Ah! Scheiße, nein! Ohohohoho! Okay, 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 okay. Das macht aber nichts. Weil ich Profi bin in dem Spiel, zufällig. Krass, wie viele Punkte hier sind, ey. Ich hol die noch easy ein. Der baut bestimmt gleich einen Unfall. Guck mal, es gibt jedes Mal 500 Dollar. Das Motorrad ist schon so gut wie mir. Was kostet das? Zwei Millionen oder so? Pfff. Ich hab die Flugschule bestanden. Ja, da hat man ein bisschen mehr wie zwei Millionen. Verstehst du? Oh! Oh! Manometer, mein Peterleiner. Hey, 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 hey. Menschenskin hast du. Das, äh... Fuck. Was? What the fuck? Egal. Das hat uns nicht getroffen. Wahrscheinlich lässt er uns jetzt einfach in Ruhe. Oh! Dann werde ich einfach beschossen. Ha! Weil ich ihn überholt hab. So, setz ja mich aus, mein Sohn. Alter Motorrad, ich komm auf dich zu. Dann küsse ich dich und kauf dir einen Schuh. Oh! Es ist so undynamisch, aber es wirkt so schnell, ne? Manchmal hab ich Angst. Da haben wir ja schon das nächste. Ich frag mich, wo der Sack ist, der grad auf uns geschossen hat. Ha! Wie wir ihn einfach ultra überholt haben. Der ist irgendwo in der City und holt sich die scheiß Punkte. Aber die können doch schon alle uns eigentlich. Äh, Mann, Mann, Mann. Da werde ich wieder ein bisschen aggressiv, wenn ich sowas mitbekommen, ne? Guck mal, da oben sind zwei. Wow! Wir gehören mehr. Shit! Wir kommen doch nicht hoch! Nein! Okay, der ist zu scheiße, der Flieger. Wir müssen unten bleiben. Oh fuck! Oh Gott, das wird jetzt was. Oh! Sehr gut, jetzt haben wir ordentlich Speed drauf hier. Vier Vorsprung, Alter. Das kannst du nie mehr einholen. Geh einfach auf, Amazing Simone. Hör einfach auf, Simone. Boah! Wie gut ich fliegen kann, ne? Boah! Ach, da unten sind die ganzen Verlierer, die kein Flugzeug haben. Leute, ich gewinne easy. Ich gewinne easy. Guck, wie viel Geld ich schon eingenommen habe. Boom. Alter. Ich hatte eben 0 Dollar, als habe ich 400 Millionen. Der hätte mich lieber mal abgeknallt, der Dödel. So schnell wie ich sammelt nämlich keiner die Dinger hier. Öh, es ist noch jemand anderes mit dabei. Jawohl, zwei hintereinander. Ich glaube, der andere hockt echt im Heli, ne? Es war eine gute Entscheidung hier, ne? 4.000! Ganz oben, mein Sohn! Gott, das ist doch schreckt. Guck mal hier. Ach gut, doch gut. Was ist denn das? Dieses Fahrzeug wird dich selbst zerstören. Rollst du mich gerade? Ähm, aufmachen. Wo ist denn das? Da oben. Oh shit, ich wollte es sehen. Aber Flugzeug, warum hast du das gemacht? Guck dir mal diese krasse Landschaft an. Schon gut, schon gut. Na gut, ich bräuchte jetzt mal ein Auto. Nein, er weicht mir einfach. Hat sich erledigt. Aussteigen aber schnell. Wo, 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 wo. Idiot! Oh fuck. Oh. Juhu! Das kleine Auto hier hat schon echt einen Zug hier, ne? Krass. Das fährt gut, das Ding, du. Das ist gut, aber die Lüge, du. Das fährt echt gut. Das Interieur ist auch ziemlich nice. Ein Traumwagen. Ich werde mich hier mal unter die Brücke begeben. Was braucht er denn? Weil ich kann nicht ihm denn helfen. Warte mal, direkt die Waffe wegmachen. Das ist wahnsinnig. Bet you can hit a man with a quarter. I give up. Ihr habt doch hier bestimmt irgendwo ein fliegendes Motorrad versteckt, oder? Hast du ein fliegendes Motorrad? Fliegst du gerne mit einem Motorrad? Scheinbar nicht. Aber Dosen haben sie. Wow. Irgendwie ist es hier nicht so ganz das Wahre. Wir fahren mal nach da hinten. Haben die vielleicht ein Motorrad? Hallo, haben sie vielleicht irgendwo ein Motorrad? Oh shit. Haben sie ein fliegendes Motorrad? Er rammt mich einfach, Alter. Ab nochmal. Das würden wir uns da direkt richtig verstehen, Madame, gell? Motorrad? Fuck. Shit. Verkauft hier irgendjemand fliegende Motorräder? Eine Gang. Eine feindliche Gang. Aber vielleicht haben die Motorräder. Da können die ja durchschießen. Ah ja. Alter Verwalter. Die Polizei kommt. Ich muss weg. Fuck the police. Das war den hier Laden. Das war der Hutladen wahrscheinlich, den ich gerade überfallen habe. Da, wo die Anwohner immer ihre Pepsi kaufen, ne? Oh. Geplant. Geplant. Das ist mein Fahrstil. Das ist immer noch mein Fahrstil. Jetzt nicht mehr. Oh. Oh yeah. Don't touch that. Wie? Das ist abgeschlossen. Super. Blöd, Mann. Das ist aber echt blöd, ne? Baba, I'm a friend. Du warst ein schönes Auto. Willkommen hier auf dem Flug. 738 nach Köln. Wir sind etwas niedrig, aber das macht ja nichts. Scheinbar haben wir einen kleinen Triebwerkschaden. Aber das macht ja nichts. Oh shit. Oh. Fallschirm. Die Landung war irgendwie doch recht hart. Das war nicht geplant. Ah, da hinten ist er ja. Oh. Gut. Naja, so weit, so gut. Ihr wisst, was ich haben möchte. Das Motorrad soll es sein. Das fliegende. Ich weiß, dass es 2 Millionen Dollar kostet oder so, aber ich weiß nicht, wo ich es kaufen kann. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.